Liebe Freunde, die hier treu die Geschichten von mir und den Fallout Legends verfolgt, ich muss euch mal ein kleines Statement abgeben. Ihr seid mir all die Jahre eine liebe und treue Gemeinschaft. Ich habe nun über 900 Let's Plays an die 90 Livestreams über Fallout 76 auf meinem Kanal hochgeladen und es gibt weiterhin tolle und spannende und lustige Geschichten, die ich mit den Fallout Legends erlebt habe und die ihr mit uns nacherleben könnt. Ich werde Fallout 76 nie den Rücken kehren, auf gar keinen Fall. Wir haben ja auch schon wieder ein neues Projekt auf dem Tisch liegen und es wird ein Weihnachtsspecial mit uns geben. Ich werde auch in Zukunft weiterhin Fallout 76 streamen und ich werde auch Let's Plays mit Fallout 76 machen. Ich werde auf dem pts eine Videos machen. Ich habe heute auch schon einen Haufen Sachen wieder gefunden. Das zeige ich in den nächsten Tagen. Da gibt es ja ein neues Event am Modman Museum. Das werde ich euch hochladen und ich werde in Zukunft auch mal kurze, so fünf bis zehn Minuten Videos zu bestimmten Themen und zu bestimmten Ereignissen hochladen. So eine, ich sage mal so eine Speedruns, wo wir mal zeigen, wie wir ein Video machen, äh, falsch, wie wir ein Silo machen, wie wir eine Rakete starten, wie wir so wieder unsere Drillinge machen und oder wie wir bei Strahlenschlägerei abschließen werden. Also kurze Videos, fünf bis zehn Minuten, damit ihr auch mal wieder ein bisschen ein paar Einsätze seht. Ihr werdet auch von uns wieder Roleplay-Gruppen sehen. Wir werden auch Modenschaus machen, Boxkämpfe zeigen. Das wird es alles in naher Zukunft geben. Und es wird auch bald wieder neue Inhalte und vermutlich eine neue Karte geben. Das geht ab Dezember geht das los, was ich so gehört habe. Ab 7. Dezember gibt es wieder Neuigkeiten. Aber bis dahin werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Und es wird bald tierische Begleiter geben. Damit meine ich natürlich jetzt nicht diesen Wauzi, den es gibt hier als Sammelrobot, sondern es soll tatsächlich richtige, ernsthafte tierische Begleiter geben. Also seid gespannt, Freunde, und habt bitte, bitte, bitte habt Vertrauen zu mir und zu den Fallout Legends. Ich werde kein Abtrünniger sein. Aber seht mir bitte nach, dass ich auch mal etwas anderes Neues spielen möchte, etwas anderes hochladen und aufnehmen möchte und streamen möchte. Und natürlich mich auch in einem völlig anderen und mir völlig fremden Genre ausprobieren möchte. Ich möchte mich da auch mal zeigen und präsentieren. Und auch da werdet ihr die Fallout Legends sehen. Ihr werdet uns sehen. Schaut euch die Videos an, schaut euch den Stream an. Da sind wir alle in der einen Kirche aufgestellt und sind die Fallout Legends. Und auch da kämpfen wir für euch, mit euch und wollen euch tolle, lustige und spannende Geschichten erzählen. Und auch hier spielen die Fallout Legends in einer internationalen Besetzung zusammen. Schaut euch das mal an und hört euch die Dialoge an. Das neue Spiel heißt New World und es ist ebenso spannend und lustig. Und wie gesagt, wir, die Fallout Legends, bringen ja unseren Stil da rein. Und wir werden natürlich immer eure Fallout Legends bleiben. Diese beiden Spiele, die stehen bei mir auf Platz 1 und ich werde sie beide suchten und für euch Geschichten aus diesen Spielen hochladen. Also, habt Vertrauen, bleibt uns treu, liked bitte die Videos weiter und verlasst euch auf die Fallout Legends. Und schaut euch mal auf dem Kanal von Cassidy vorbei. Die streamt nämlich mit mir parallel diese Aufnahmen, also diese Livestreams. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends und euer Quincy.